Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Empire at War mit den Rebellen in der Galaxiseroberung. Wir haben hier noch ein paar Welten, die es zu knacken gilt. Und die gehen wir mal an. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Leichter als der Kostmann. Melde mich wie befohlen. Konstruktion abgeschlossen. Mit Schmackes. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ich mache wie immer auch jetzt auch hier eine längere Aufnahme in der Session und schnüffel das dann zusammen. Beziehungsweise auseinander. Was habt ihr vor? Leichter als der Korsalflug. Eine größere Armee ist keine Garantie für den Sieg. Nutzt Taktik zu eurem Vorteil und beseitigt die Verteidigungsstellung. Erische Truppen voraus. Die unbeständige Art der Flugbahn vom radenden Falten ist natürlich maßgeblich ausschlaggebend für den geringen Schaden, den der Falter einstecken muss. Und solche Fälle haben wir immer noch das. Und der Falter ist genau nur schnell. Ein paar Racketen, die einfach racken. Geschaffen Alib. In Veranschaft. Kommt zu mir. Erwartet mit dem. Laufend durch. Ich habe ihn verbombatet mit dem B-Bank. B-Bank. Ja, das könnte ich euch noch geraten haben. Je schneller dieses Ziel platt ist, desto eher können wir den Boden anrichten. Fällig. Sehr schön. Ziehen wir unsere... Das geht nicht mehr. Ziehen wir unsere Gleiter nach. Und machen da unten alles platt. So. Ah, schön. Die Einheimischen sind auf unserer Seite. Kann ich mir mal reichlich die Leiter landen? Und die Einheimischen schicken, um die Kommandokosten zu erobern. Zielt auf das Herz des Feindes. Zerstört ihre Gebäude. Dann werden sich die Bodentruppen zurückziehen. Wenn sie da noch können. In Bereitschaft. Erkunde Position. Kommen wir erstmal mit 15 Geschwadern. Wir haben den Gegner ausgemacht. Wir greifen an. Da wird der Kommando passend eingenommen. Da unten auch. Kann ich gleich die Reste hin. Ich war da. Und da oben. Unterwegs. Unterwegs zu Koordinaten. Unterwegs. Obivan kommt gar nicht. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Das ist noch eine Miene, die es zu zerstören gilt. Ja, vielleicht, ob man eine Punkt sieht, auch gut. Das blöde Aal herrscht. Das war mal getroffen. Haben sie. Das sind aber recht viele ATS-STs. Die aber auch auf uns mal treffen. Aber gegen so ein starkes Gleiterfeuer haben wir natürlich nichts und keinem raus. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Da haut einer ab. So, da haben wir noch einen. Der ist voll in Ladung. Und dann ist das der letzte. Da haben wir noch ein paar Überbleibsel. Die müssen aus der Fahrzeugfabrik rausgekommen sein. Das wäre Korilla. Das wäre Korilla. Kontrolle über den Planeten erreicht. Nelden Stützpunkt errichtet. Aufbau beginnt. Gebäude wird errichtet. Und mit der Raumabattung gleich weiter nach Reinhold. Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Mhm, da. Was kommt da denn nochmal hin? Aufbau läuft. Schießt Generator wird gebaut. So, Reinhold. Was haben die hier denn zu bieten? Kommt, Chewie, schauen wir uns das mal an. Eine optimale Taktik ist die Vernichtung von Schlüsseleinheiten feindlicher Truppen. Versucht die Verteidiger voneinander zu trennen und knöpft sie euch einzeln vor. Man macht euch das mal an. So, wie die Handball-B turd-Lupi-Sidee. Die Verteidiger voneinander zu fahren. Die Verteidiger voneinander. Die Saiten. Diesmal an Leinend Schuss mit Taktik. Die Artists entwessen. Was haben we auch schon wieder? Den Stuttgart hat es. Okay. Nimm den Weg, der Pfeil ist. Jetzt darf ich mal das. Jetzt darf ich mal das. Geht. Da geht's, da geht's, da geht's! Ich hab's den Bogen hier! Ich hab' den Bogen hier acht. Nice! Sie fliehen! Und runter da! Jede Menge Minen!